Music is my best friend He's so rosy I'm gonna come back Till September Cause music is my best friend Yo Leute, willkommen zu einer neuen Folge hier mit dem Upset TV Und zwar zu einer Runde Ender Games Und zwar mit dem Schinken Kit Das Schinken Kit, ähm Ich weiß gar nicht, was es hier zu Spielle Sachen auf jeden Fall Und da haben wir Warum sind da so wenig Sachen dran denn? Okay, hier ist auf jeden Fall Schinken Der gibt eine Stärke, wenn man den benutzt für ein paar Sekunden Und Dann Ja und Hungerbalken wird halt Hungerleiste wird halt voll Und so Nicht Leute, die sich immer erschrecken Okay, das ist halt Das ist halt echt stark Man muss halt genau time Genau dann Hunger haben Weil man kann den Schinken nur essen, wenn man Hunger hat Und das ist eben so der kleine Nachteil An dem Kit Hier da hinten ist Parmelion Auf jeden Fall aufpassen Die Tiere so ein bisschen Ähm So und bei so 10 Sekunden Also bei so 15 Starten Wieder mal mit dem Kräften Das Eisenschein Ich brauche Hunger Ich kann halt gleich Hunger bekommen Okay Mich Friends Immer ein bisschen abseits jetzt hier Press haben Und es geht halt immer sofort voll, Junge Da haben wir den jetzt nicht Weil wir den gut haben Kämpft Oh Okay Okay Komm mal Kann man mal machen Auf jeden Fall Oh Alter Meine Skills sind heute da Nein 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 Verdammt Mist Leute Der hat der Enderman Das Kit Naja gut Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde Bis gleich So kommen Das Kit frisch Frisch gerade bekommen haben Das war zum Beispiel sehr gut Jetzt habe ich das genau richtig Okay Oh Ich bin Girl 房 Schll Die Die Okay. Was? What? Der hat das Enterhaken get... Oh, Mann, Alter. Ich hab so viel Pech, ne? Bogenschützen, Enterhaken. Oh, Gott, Alter. Nein! Oh, noch ein halbes Herz hat... Der... Mann, Alter. Mist. Egal. Nein, der... Ah. Mhm, 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 mhm. So. Jetzt aber... Jetzt ist es meine Runde. Die Runde des Grauens. Willst du mich verarschen, Mann? Mann, da denke ich nicht. Oh, der hat sich getauscht. Den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir. Oh, der hat sich getauscht. Verletzten... Oh, der hat sich ver... Was? Och, Mann, Alter. Und jetzt aber, Alter. Jetzt ist es aber die letzte Runde, die ich jetzt hier veraufnehme. Alter. Mal richten wir... Das war jetzt ein bisschen froh, weil der geleckt hat. Nein. Nein. Oh, der... Oh, der... Oh, mein Gott. Das war ganz motionbar. Das war ganz schön. No, man bleibt hängig. verfolgt den Attitude. Aber wie viel hält denn der eigentlich aus? Jetzt! Oh, endlich gehört! Oh lol, shit! Nein! Oh Gott! Hä? Schade, 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 schade. Der hat sich auf jeden Fall noch gerecht. Aber egal, das war eine gute Runde, Leute. 492 Coins bekommen. Und, ja, machen wir mal Slash Hub. Easy going. Und, ja, dann würde ich sagen, war es so für dieses Video. Wenn ihr kommt, lasst da mal um. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao, ciao.